Musik Hol bitte einen Einkaufswagen. Hol bitte einen Einkaufswagen. Was kaufen wir alles ein? Was kaufen wir alles ein? Ich habe eine Einkaufsliste gemacht. Gehen wir zuerst zur Früchte- und Gemüseabteilung. Gehen wir zuerst zur Früchte- und Gemüseabteilung. Guten Tag, was hätten Sie denn gern schöne, frische Pflaumen? Guten Tag, was hätten Sie denn gern schöne, frische Pflaumen? Was kosten die Pflaumen? Was kosten die Pflaumen? Ein Euro das Kilo. Gut, geben Sie mir bitte ein Kilo. Und was kosten die Weichselkärchen? Gut, geben Sie mir bitte ein Kilo. Und was kosten die Weichselkärchen? Die Weichselkärchen sind heute ganz billig. Nur 2 Euro das Kilo. Die Weichselkärchen sind heute ganz billig. Nur 2 Euro das Kilo. Die Weichselkärchen sind heute ganz billig. 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 Was suchen Sie denn? Was suchen Sie denn? Wo gibt es hier den Melch? Wo gibt es hier den Melch? Melch Gleich hier vorne links bei den Melchprodukten. Melch Gleich hier vorne links bei den Melchprodukten. Und wo finde ich Marmelade? Und wo finde ich Marmelade? Ganze hinten im letzten Gang im dritten Regal. Ganze hinten im letzten Gang im dritten Regal. Ich brauche auch noch Kekse. Ich brauche auch noch Kekse. Ich glaube, da hinten rechts. Ich glaube, da hinten rechts. Und wo ist der Joghurt und Käse? Ich glaube, da hinten rechts. Und wo ist der Joghurt und Käse? Im nächsten Gang links. Im nächsten Gang links. Oben oder unten? Oben oder unten? Wo findet man Waschmittel? Wo findet man Waschmittel? Hier unten, bei den Haushaltswaren. Hier unten, bei den Haushaltswaren. Ich suche auch mich. Ich suche auch Fisch. Im vorletzten Gang, bei der Tiefkürkuss. Im vorletzten Gang, bei der Tiefkürkuss. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Nicht zu danken. Nicht zu danken. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich habe heute diesen Käse gekauft. Ich habe heute diesen Käse gekauft. Er ist aber schon über Verfallsdatum. Er ist aber schon über Verfallsdatum. Oh, das sollte nicht passieren. Oh, das sollte nicht passieren. Das tut uns leid. Das tut uns leid. Haben Sie noch die Quettung? Haben Sie noch die Quettung? Ja, hier. Ja, hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier ist das Geld. Hier ist das Geld. Entschuldigen Sie die Umstände. Entschuldigen Sie die Umstände. Kein Problem. Kein Problem. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.